mit euch reden kann weil das muss auch einfach raus Freunde, wirklich ganz ehrlich, da kann ich jetzt auch nichts machen wenn ich sowas sehe da koche ich innerlich vor Wut genauso, wirklich, boah, wenn ich dran denke wenn ich dran denke, ich ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich ein richtig großer Hundefreund wirklich ich liebe Hunde über alles ich habe selber einen Hund, ich würde für diesen Hund fast alles tun Hunde sind einfach die besten Tiere auf der Welt die treuesten Tiere, alles und wenn ich dann diese diese Tierquäler sehe die Hunde ich habe die Videos wirklich gesehen da hat einer einen Hund genommen Schwanz gepackt und dann einem Hochhaus runtergeworfen das war mindestens 15 Stücke irgendwo in Ägypten oder so war das ja 15 Stücke ja und man hat den Hund unten aufkommen hören und hat den Janken gehört also Janken ist Wein im Hunde-Jargon um das mal kurz aufzu man hat richtig gehört, wie der weint unten also er hat überlebt und hat sich unten noch hat unten noch geweint jetzt mal ganz ehrlich gesagt jetzt mal ganz ehrlich gesagt, Freunde wie was für ein verkorkstes Leben muss man haben was für ein Hurensohn muss man sein ganz ehrlich jetzt, Freunde genauso wiederum habe ich auch ein Foto gesehen oder Video da hatte einer ein Auto ja und das ist auch kein Thema, was für mich zum Lachen ist, Freunde wirklich ich freue mich, dass ich mit euch über solche ernsten Themen reden kann aber das macht mich traurig und aggressiv wirklich und da hatte einer einen Hund hinten am Auto festgebunden am Kopf also Schlinge um den Hals und dann an der Anhängerkupplung dran ja und hat Vollgas gegeben ich denke mal, jedes Pissauto kommt heutzutage mindestens bis 150 so das schnellste Tier auf der Welt ist der Gepard, glaube ich mit 60 kmh und das kann er auch noch ein paar Sekunden das heißt es ist ganz klar, dass der Hund nicht mehr mitkommt und irgendwann wird er natürlich geschliffen und dann wurde der Hund tatsächlich über dem Boden geschliffen man hat die Blutspuren die Blutspuren hat man schon auf dem Bodenschleifen gesehen und der arme Hund wurde da hinterher geschliffen von so einem Auto und die haben sich da tatsächlich noch drüber gefreut jetzt mal ganz ernsthaft, Freunde ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben wenn ihr was anders seht oder so aber bei sowas akzeptiere ich wirklich keine zweite Meinung wirklich, Freunde akzeptiere ich wirklich keine zweite Meinung wenn einer sagt ich finde das gut der kann, der bitte deabonniert mich bitte, bitte deabonniert mich und löscht meine Likes irgendwo wirklich bitte wirklich nimm dein Fiat und geh wirklich mit solchen Leuten möchte ich wirklich nix zu tun haben und wenn nachher wirklich 200 Abonnenten von mir gehen wirklich nein, aber Freunde ich weiß, dass ihr korrekt seid und wirklich auch nicht so denkt aber mal ganz ernsthaft wie krank muss man im Kopf sein wie krank und selbst wenn man so einen asozialen Huren als Kollegen hat ja wenn das ein Freund von mir machen würde ich würde auch sagen bist du einidum oder so hör mal, den würde ich aber auch ach, kann es erstmal kaputt schlagen dass er überhaupt mal wieder bei Sinnen kommt damit er überhaupt mal wieder kleine Birne denkt ja aber wer macht denn sowas jetzt mal ganz ernsthaft, Freunde hätte ich das gesehen dass der eine den vom Hochhaus wirft was meint ihr, Freunde wer als nächstes vom Hochhaus geflogen wäre eins kann ich euch sagen ich wäre es nicht gewesen und ein zweiter Hund wäre es auch nicht gewesen und genauso wie der der da hinterher geschliffen wurde wirst du was ich mit dem gemacht ich hätte das selber gemacht Seil und Kopf Anhängerkupplung dann hätte ich mir von einem Kollegen sein M5 ausgeliehen ja älteres Baujahr 260 macht das Ding in locker und dann wäre ich über die Autobahn gefahren hätten wir mal geguckt wo ob er das auch noch so lustig gefunden hätte jetzt mal ehrlich, Freunde ich hätte es natürlich nicht gemacht aber wie krank muss man sein wirklich wie krank muss man sein das den besten Tieren den treuesten Tieren der Welt anzutun und man sieht die Treue man sieht die Treue wirklich in den Augen der Hunden und wie kann man diesen Tieren das dann noch antun ich will da jetzt auch gar nicht weiter diskutieren weil wir wollen jetzt hier auch noch weiterkommen Freunde das macht mich einfach nur traurig und aggressiv und wirklich ich hoffe dass man mit euch auch über solche ernsten Themen reden kann ich denke mal das kann man auch wie gesagt eure Meinung gerne in die Kommentare nur bei solchen Sachen akzeptiere ich wirklich keine Zweitmeinung naja kommen wir zu Dr. Estern der große Clockworkstreet Klerik Teil 1 oh mein Bruder hat dich tu mir geschickt angenehm mein Name ist Dr. Estern der jüngere Bruder von Dr. S warum oh willst du Clockworkst herausfordern ok dann zeig mir bitte die Beweise genau fünf Stück ok bitteschön dieses Buch beinhaltet die Studien über Clockworkst es wird sehr nützlich sein nun gehen wir zum dritten Test ich denke mal du hast bereits vom großen Clockworkstreet gehört eigentlich gab es noch einen weiteren Klick mit Clockworkst danach diesmal haben die Menschen gewonnen und Clockworkst wurde in einem Käfig mit vereinten Kräften von Floresetmonic und Darkon versiegelt du kannst dich Spuren des Krieges in Darkon 1 auf der Ebene von Bubble in Flores Cabinet und bitte suche 5 Skar変 und wieder zu irgendwem bringen ok die sind da also auf nach Flores können wir mal gucken was es wieder im Gilden STO angeht abgeht oijoi da hab ich noch geschrieben flüff mal wieder Maßarbeit wieder sehr informatives informatives gelaber in der Gilde wieder auch wie viel die schreibe man mal einfach immer der dinge zu hat Oh, irgendwas mit Hikesun habe ich, ich habe meinen Namen gelesen. Ich ziehe mir Hikesun sein letztes Video rein. So, ist das richtig? So. Äh, darum. Genau. Wenn das jetzt auch immer noch so scheiße spawnen und ich hier jede 5 Sekunden warten muss, dann wird es aber langsam am Ende, mit meiner Geduld. Hallo? 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 Ach da! So. Haben wir das schon mal? Baffen wir uns durch? Da geht's, äh, naja, gucken wir einfach mal noch ein paar Boxen. Ich muss mal hier wieder Quick-Step auf 2 machen. Das geht jetzt nicht, weil ich dieses Schlussturm habe. So. Und Asmodeus reinballern. Ich werde auch krank, Freunde, glaube ich, äh. Kennt ihr das, wenn ihr schon wisst, dass ihr langsam krank werdet? Das merkt ihr ja daran, Halsschmerzen. Also, euer Hals tut richtig weh, ihr könnt kaum noch schlucken. Weiter geht's im Text mit, äh, ihr müsst den ganzen Tag niesen, also immer diese scheiß niesen, gerustet und ihr fühlt, also, ihr seid irgendwie heißer als sonst. Oh, Giant-Lawolf-Trans, super. Dann wisst ihr eigentlich schon, es geht wieder los. Kommt wieder eine Grippe oder so, ist wieder am Anflug und dann, ja. Und so ist das gerade bei mir, Freunde. Ich hab, ich nehm jetzt schon die ganze Zeit mit derben Halsschmerzen auf. Oh, das scheint hier aber schneller zu gehen. Boah, ich nehm mir wirklich mit derben Halsschmerzen auf. Wir können mal gucken, wie schnell wir den Giant hier machen. Easy, motherfuckers. Was ist denn da?